Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks. Mein Name ist Christian aka MrNiceWatch und ich sitze heute an einem schönen Freitagnachmittag mit dem lieben Raph zusammen und ich freue mich auf eine gemeinsame Aufnahme. Servus Raph, wie geht es dir? Grüße nach Südtirol. Hey Chris, grüße nach Südtirol. Wait, ganz kurz, bist du überhaupt in Südtirol? Ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt wieder in Südtirol, also es ist ja immer so ein Hin und Her, jetzt für einige Tage wieder hier und dann geht es aber auch am Sonntag schon wieder zurück nach Klagenfurt und ja, auch Grüße von Südtirol. Und nach Mitteldeutschland, würde ich jetzt mal behaupten. Ich sitze hier in Düsseldorf, aber das Schöne ist halt wirklich, die Sonne scheint hier, es ist relativ mild draußen, man hat so ein bisschen Frühlingsgefühle und ja, ich freue mich jetzt auf ein Wochenende. Bin ein bisschen kaputt von den letzten Tagen, war irgendwie recht anstrengend gewesen, recht viel gearbeitet und so, aber freue mich vor allem jetzt auch drauf, mit dir noch eine schnelle Aufnahme hier so pünktlich zum Wochenende noch zu machen, damit unsere Hörer am Sonntag was auf die Ohren bekommen. Ja, genau, bei uns ja auch strahlender Sonntag, nee, eigentlich nicht. Also die Sonne scheint, aber es ist natürlich der bekannte Sahara-Staub in der Luft und deswegen ist es zwar sonnig, auch warm, aber ja, es ist ein ziemlich, ja, eine dichte Wolkendecke, so nennen wir, aber eignet sich herrlich zum Fotografieren an der frischen Luft, weil man natürlich eine riesige große Softbox und Anfangszeichen hat und deswegen, ja, das ist ganz cool. Aber heute geht es nicht um Fotografie, Chris, sondern zuallererst mal um den Audio-Wriss-Check. Chris, was trägst du heute in deinem Handgelenk? Ja, ich habe tatsächlich einen New Watch Alert am Handgelenk, eine Uhr, da hatte ich jetzt bisher noch gar nichts drüber erzählt. Ich habe sie auch bisher noch nirgendwo gezeigt und sie ist auch erst gestern angekommen. Und zwar ist das jetzt eine Uhr, die sicherlich der eine oder andere noch gar nicht so kennt und noch gar nicht auf dem Schirm hat. Und zwar ist das eine Larko. Also ihr kennt sicherlich die Marke Larko, deutsche Uhrenhersteller aus dem Schwarzwald. Und ich habe die letztes Jahr auf einer Messe kennengelernt, hier in Düsseldorf, da war die Watchtime gewesen. Ich meine, ich kannte Larko natürlich auch schon länger, aber hatte mich tatsächlich, muss ich sagen, im Vorfeld noch nie so detailliert mit deren Marken oder mit deren Uhren beschäftigt. Ich kenne natürlich die ganzen Fliegeruhren und sowas, aber ich wusste nicht, was es links und rechts noch davon gibt. Und sie hat mir damals auf der Messe dann ein paar Uhren gezeigt, unter anderem auch eine Uhr, die jetzt Ende letzten Jahres rauskommen sollte und die mir auf Anhieb ziemlich zugesagt hat. Und zwar ist das die Edition 96. Das ist ein Teil der Einsatzuhrenkollektion von Larko. Also das sind so sportliche Diver-Uhren, so ganz klassisch mit einer Taucherlünette, sehr, sehr robustes, sportliches Gehäuse. Also Uhren, die man erstmal, oder die hatte ich zumindest erstmal nicht mit Larko in Verbindung gebracht oder hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es die so gibt. Das ist ein 42 Millimeter Gehäuse, 13,4 Millimeter hoch, kommt jetzt hier an einem schwarzen Band und die Uhr ist bis zu 300 Meter wasserdicht. Also wirklich eine richtige typische sportliche Uhr. Und Larko hat eben aus dieser Kollektion jetzt eine Sonderserie rausgebracht Ende letzten Jahres, limitiert auf 96 Stück. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Larko im Jahr 2025 haben sie jetzt in den letzten Jahren immer so einmal im Jahr so eine Sonderuhr rausgebracht, die quasi limitiert ist und dann halt auf das 100-jährige Jubiläum von Larko quasi schon mal hinweist. Und jetzt im letzten Jahr kam eben die Nummer 96 raus, die Edition 96. Und das ist eine komplett geschwärzte Variante dieser sportlichen Einsatzuhr von Larko. Das ist so ein schwarzes, PVD-beschichtetes Gehäuse. Man hat eine schwarze, drehbare Lünette. Die Indexe sind so in weiß und grau gehalten. Also alles sehr dezent, sieht sehr sportlich, sehr toolig aus. Und was ich persönlich ganz cool finde, auf der Rückseite der Uhr, wenn man sie umdreht, ist auf dem Gehäuseboden so ein Skorpion eingraviert. Und ich persönlich bin als Sternzeichen aus Skorpion. Deshalb, weiß ich nicht, ich habe diese Uhr gesehen letztes Jahr auf der Messe und die hat mir auf Anhieb echt gut gefallen. Und sie wurde dann vorgestellt, ich glaube, im Dezember war es gewesen und war leider relativ schnell schon ausverkauft. Also die kam sehr, sehr gut an. Ich hatte die damals sogar auch auf Instagram gezeigt und das Ding war ruckzuck verkauft. Und ich hatte dann mit Larko geredet und habe gesagt, habt ihr noch eine? Irgendwie, ich hätte gern eine und ich habe da irgendwie Interesse und fand das irgendwie mit dem Skorpion auch cool, weil das irgendwie so ein bisschen zu mir passt, eben wegen Sternzeichen. Ich bin jetzt keiner, der da groß was drauf gibt, aber irgendwie fand ich das irgendwie so passend und weil es halt einfach auch eine aus meiner Sicht sehr, sehr coole sportliche Uhr war oder ist mit einem recht eigenständigen Design. Und dann hat Larko gesagt, naja, eigentlich sind alle schon verkauft, da ist nichts mehr zu bekommen, kannst ja mal gucken, ob vielleicht nochmal irgendwas auf dem Markt kommt und so weiter. Und am Ende war es dann aber so, dass sie gesagt haben, hey Christian, wir haben vielleicht eine Idee für dich. Und das macht mich jetzt unglaublich stolz und deshalb bin ich gerade mega happy mit dieser Uhr. und als sie jetzt gestern ankam, war ich auch ganz begeistert. Sie haben gesagt, pass auf, wir haben natürlich auch noch so irgendwie ein paar Prototypen von dieser Uhr und wir können es so machen, dass wir es wirklich so ausnahmsweise so drehen. Du kriegst quasi einen von diesen quasi Prototypen oder von diesen Pressemodellen oder wie auch immer von diesen Modellen, die sie halt vorzeigen können aus der Ausstellungskollektion und gravieren hinten auf dem Gehäuseboden dafür meinen Namen rein. Und da steht jetzt Mr. Nice Watch, wenn ich die hier so umdrehe. Also schön so in Silber auf dem schwarzen Boden. Sieht richtig cool aus. Und ist halt eine Uhr, die jetzt ja quasi außerhalb dieser limitierten Reihe irgendwie gelaufen ist, weil es halt einfach mehr oder minder ein Vorzeigemodell halt war oder ist. und das ich jetzt bekommen habe und das freut mich gerade tierisch und es ist was ganz Besonderes für mich. Und deshalb die Uhr habe ich gerade am Handgelenk. Ich werde die Tage auch mal in Ruhe Bilder machen und sie auch mal posten. Das heißt also für diejenigen unter euch, die sich die mal anschauen möchten, könnt ihr demnächst mal auf meinem Instagram-Account vorbeischauen und einfach mal euch das Ding mal angucken. Also ich bin unglaublich stolz, so eine Uhr zu haben. Ich mag ja auch Uhren, die irgendwie so ein bisschen besonders sind. Und ja, das ist natürlich jetzt für mich irgendwie so ein, ja, ein ganz, ganz außergewöhnliches Stück, muss ich sagen. Und das ist die Uhr, die ich gerade am Handgelenk trage. Ja, sehr cool. Also so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ja, richtig deutsche Uhrmacher-Tradition. Und wenn es dann noch irgendwie personalisiert ist, dann ist es eigentlich so ein bisschen ein Jackpot. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hingegen habe heute eine Uhr an, die ich explizit zu unserem Thema angezogen habe. Ich muss kein Geheimnis daraus machen. Es steht ja im Titel. Wir sprechen heute über Gerald Jenta. Und deswegen habe ich tatsächlich die einzige Uhr angezogen, die in der Sammlung ist mit, ja, die eben von Gerald Jenta designt wurde. Und zwar, einige ahnen es vielleicht schon, die Cartier-Bascha-C-Referenz 2324. Und ja, ist meiner Meinung nach immer noch eine der besten Urnen fürs Geld, wenn man etwas Besonderes sucht, etwas ausgefallenes, weil, wenn man sich die ansieht, die hat eben diese Van Cleef & Arpels D-Anstöße. Zudem hat man dann ein Metallband. Sehr, sehr faszinierend, das Metallband. Alles flache, kommt etwa so Flatlink, also flache Bandelemente mit einer versteckten Schließe in einem 35-Millimeter-Gehäuse, angetrieben von einem soliden Etherwerk und eben diesen markanten Kronenschutz, wo praktisch keine verschraubte Krone so an der Uhr montiert ist, sondern ein Hut, der eben über die Krone drüber geschraubt wird. Und das Ganze ist einer Kette montiert am Uhrengehäuse. Dazu noch ein Ziffernblatt mit großen arabischen Zahlen und eben auch einem Cheminine d'Affaires, also diese Eisenbahnminitarie. Das zusammen ergibt einfach ein super Gesamtpaket, die Uhr ist 100 Meter wasserdicht und man erhält einfach ein sehr, sehr stimmiges Gesamtkonzept bei dieser Uhr, welches auch noch zu einem Preis zu ergattern ist, wo es bei Santos schon anfängt, schwierig zu werden. Und ich spreche da von Vintage Santos. Das heißt, bei so einer Pascha ist man noch gut unter 3.000 Euro unterwegs und das Modell, das hat so gut wie niemand auf dem Schirm. Also jetzt natürlich durch die Neuauflage im Jahre 2020, muss es gewesen sein, ja, hat das Ganze so ein bisschen frischen Wind bekommen, aber immer noch meiner Meinung nach eine Uhr, die nicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil ich meine, darum geht es eigentlich ja nicht, aber es ist ein Geheimtipp, sagen wir es mal so. Das muss nicht jeder davon bescheiden wissen, es ist eine sehr, sehr spezielle Kulü und die löst es gleichermaßen irgendwie Begeisterung, aber auch irgendwie Ablehnung bei den Leuten. Also ich höre es da von Leuten, die super gut gefällt, wie es mir zum Beispiel auch geht und es gibt auch Leute, die einfach sagen, ja, das Teil ist absolut hässlich und ja, ist auf jeden Fall etwas sehr Polarisierendes. Ja, es ist, ich muss persönlich zugeben, ich tue mir mit dem Design dieser Uhr immer so ein bisschen schwer. Es ist sehr außergewöhnlich, es ist sehr speziell, es ist aber auch sehr markant zum anderen auch und ich bin nie sicher, ob ich die cool finde oder nicht. Ich bin da sehr unentschlossen. Also ich, zum einen denke ich irgendwie klar, es ist absolut Alleinstellungsmerkmal, wenn man sich diese Uhr so anschaut, die ist unverkennbar und passt natürlich irgendwie auch sehr gut zu diesem ganzen, zu der ganzen Cartier-Design-Sprache. Zum anderen denke ich mir dann immer, irgendwie holt sie mich nicht ab, optisch, aber ich verstehe vollkommen, warum du da begeistert bist. Ich finde, das ist auch eine sehr typische RAF-Uhr tatsächlich. Das ist ja schon so mittlerweile hier das geflügelte Wort in dem Podcast, aber ich finde wirklich, dass es eine Uhr ist, die sehr gut zu dir passt und ja, du magst ja wirklich Außergewöhnliches, du magst eine starke Design-Sprache, du magst dieses, auch gerade dieses liebevoll Verspielte irgendwie von Cartier und ich finde, das ist all das, was du auch in dieser Uhr finden kannst und insofern, ich finde, die passt schon sehr, sehr gut zu dir und cool, dass du sie passend zur Folge ausgewählt hast. Ich habe da so ein bisschen versagt mit meiner Auswahl für die Folge passend. Muss aber auch sagen, dass ich keine Uhr in der Sammlung habe, die von Gerald Genta designt ist, insofern. Ja, nicht mad, oder? Nicht mad. Nicht mehr, nicht mehr, genau. Ich hatte ja den Royal Oak Chronographen zum Beispiel gehabt, den habe ich aber abgegeben vor etwas über einem Jahr und habe ihn getauscht gegen die Overseas, die tatsächlich nicht aus der Feder von Gerald Genta stammt, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und ja, wir haben jetzt schon ein bisschen gesagt, also Thema heute, wir wollen über den wahrscheinlich bekanntesten und größten Uhrendesigner der Welt sprechen, ja, Gerald Genta. Und vielleicht Aufhänger, um das einfach mal ganz kurz zu sagen, ist auch so ein bisschen, dass es letztens eine Auktion gab, wo die Originalskizze von Gerald Genta zur Royal Oak versteigert wurde. Und die ging am Ende für, ich glaube, 550 oder 546.000 Schweizer Franken unter den Hammer. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Also wurde versteigert für diesen Preis, also quasi mehr als eine halbe Million Euro auch umgerechnet für die Originalskizze von der Royal Oak von Gerald Genta. Wahnsinn, Wahnsinn. Also es war eine Christie's Auktion und das muss ich sagen, sehr, sehr beeindruckender Preis, aber spricht auch dafür, welches doch sehr, sehr prägnante oder welches bedeutsame Erbe eben Gerald Genta auch als Künstler, als Uhrendesigner letztlich hinterlassen hat. Er ist leider nicht mehr, er lebt leider nicht mehr, er ist 2011 gestorben, 1931 geboren, aber ich glaube, er hat eine unglaubliche, wie man immer so sagt, so eine Legacy irgendwie hinterlassen. Also es gibt unglaublich viele Uhren, die er designt hat, vieles davon weiß man auch, das gar nicht so offiziell, was er alles so gemacht hat. Er hat, glaube ich, mit allen großen namhaften Uhrenmarken zusammengearbeitet. Royal Oak ist natürlich bekannt, aber sind auch viele, viele andere bekannt, über die wir heute auch ein bisschen sprechen wollen. Und ich glaube, das ist einfach so, ja, es ist eine Person, über die es sich definitiv mal lohnt zu reden. Und Raffi, ich würde sagen, lass uns doch da mal ein bisschen mehr ins Detail jetzt reinsteigen. Ja, wie du schon gesagt hast, wurde Gerald Jenta bereits 1931 in Genf geboren, also so ziemlich ins Zentrum dieser ganzen Uhrenindustrie in der Schweiz. Und er hat auch relativ früh schon angefangen zu designen, sein allererstes Modell. Ich glaube, das dürfte vielen von euch ein Begriff sein, das ist die Universal Geneve Ball Router. Also das war die Uhr, die damals eben von der Fluglinie SAS in Auftrag gegeben wurde, um eben diese historische Flugroute von Kopenhagen nach Los Angeles über den Nordpol zu begleiten. Und diese Uhr, die wurde tatsächlich 1954 von Gerald Jenta designt, ganz, ganz markantes Gehäuse designt. Man hat hier eben diese verdrehten Hörner, man hat diese ganz schräge, geriffelte Reo auf dem Ziffernblatt und auch natürlich eine Uhr, die vor allem durch ihr Mikrotonwerk bekannt ist. Und es ging dann aber auch relativ schnell schon weiter. Gerald Jenta hat bald begriffen, dass das, was er macht, nicht so viele Leute mit so einer Leidenschaft machen. Also damals war das Ganze wahrscheinlich eher so ein bisschen praktisch angehaucht. Man brauchte Gehäuse, das eben in der Lage war, ein Lehrerband aufzunehmen. Und wie man später noch erkennen wird, hat Gerald Jenta das Ganze komplett auf den Kopf gestellt. Und seit 1961 hat er sich dann auch als erster Uhrendesigner der Welt bezeichnet. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe mit Freunden gesprochen und die meinten zu mir, es ist nicht nur der erste Uhrendesigner der Welt, sondern laut in ihren Augen auch der einzige Uhrendesigner der Welt. Ich muss da natürlich sofort Gilbert Albert einwerfen, der er ja auch für Batek designt hat und anderen. Aber ich kann denen da schon irgendwo recht geben. Also wenn man jetzt so allgemein ein bisschen rumfragt, welche Uhrendesigner kommen euch jetzt so spontan in den Sinn, dann ist Gerald Jenta nicht selten der einzige Name, der genannt wird. Und das Ganze hat so auch seinen Grund, denn Gerald Jenta hat, wie du bereits gesagt hast, für sehr, sehr viele namhafte Marken Uhren designt. Dazu kommen wir gleich nachher. Er hat aber auch 1969 seine eigene Marke, Gerald Jenta, gegründet, die unfassbar faszinierende Uhren gebaut hat. Und so gab es 1994 mit der Grand Sonnerie, die damals komplizierteste Ampatour überhaupt. Also man sieht schon, Gerald Jenta war keineswegs eine einseitige Person, der hat sich für sehr, sehr viele Uhrenmarken eingesetzt, um dort eben besondere Designs zu machen. Und ausgehend von diesem ersten Modell der Paul Router, die er bereits mit 23 Jahren designt hat, also der war damals gleich halt wie ich, hat er dann natürlich eine ganze Reihe weiterer Uhren designt. Und Chris Wissler, vielleicht mal so einen kleinen Überblick geht. Ja, ich wollte noch ganz kurz auf die Paul Router eingehen. Und das ist auch ein bisschen das, was ich bei Gerald Jenta immer so bezeichnet finde. Wenn du dir die Uhr heute anschaust, ehrlich gesagt, es ist ein sehr, sehr zeitloses Design. Es ist ein Design, was auch heute, also wenn du dir das jetzt so vorstellen würdest, in einer modernen Uhr oder als moderne Auflage einer Uhr, wird immer noch wunderbar funktionieren. Und das liegt, finde ich, jetzt gar nicht nur daran, dass halt im Moment auch wieder dieser Vintage-Trend groß ist und dass man sich wieder an den alten Designs orientiert, sondern ich finde allgemein, dass es zum Beispiel ein Design ist, einer Uhr, dass das immer noch unglaublich modern wirkt. Und das, finde ich, ist bei vielen seiner Uhren, die halt letztlich auch bekannt geworden sind, wirklich so der Fall. Man, wir kommen sicherlich später noch mal ein bisschen mehr drauf, aber wenn du diese mal so Highlights anschaust, wie jetzt halt auch die Royal Oak oder auch die Nautilus, auch das sind so Designs oder auch zum Beispiel die erste Ingenieur, die unglaublich gut heute alle noch funktionieren. Und ich finde, das ist bei ihm halt sowas bezeichnendes. Also er hat halt wirklich Designs geschaffen, die zeitlos sind und die halt wirklich auch ikonisch, ja, das wird immer so gerne verwendet und das ist so ein abgetroschener Begriff schon in der Uhrenwelt, aber die halt wirklich auch ikonisch sind. Ja, und das ist das, wo ich einfach sagen muss, da habe ich auch unglaublichen Respekt und ich glaube auch, da verdient er auch unglaublich viel Ehre und Anerkennung für, dass er wirklich als Uhrendesigner solche Stücke geschaffen hat und das auch wirklich mit einer extrem hohen Konstanz. Also es ist ihm nicht nur so, dass er vielleicht einen Hit hatte und das war es dann, sondern da sind ja aus seiner Feder sind ganz, ganz viele Uhrendesigns entsprungen, die auch heute zum Beispiel noch sehr gut funktionieren. und das finde ich schon wirklich sehr, sehr bezeichnend. Und zum anderen, nochmal ganz kurz zu diesem Thema, auch der erste Uhrendesigner der Welt. Man muss dazu halt sagen, natürlich wurden ja im Vorfeld, wurden schon Uhren entwickelt und entworfen und alles, ganz klar, da wollen wir gar nicht drüber reden und auch gewisse Designs sind auch bis heute hin auch sehr bekannt, gerade in diesem Bereich gewisse Sportuhren oder ähnliches zum Beispiel. Ja, aber dass das Ding ist, es gab nie so diesen, diesen einen Designer, der halt irgendwie von Marke zu Marke gezogen ist und für die halt so Highlights entwickelt hat, sondern das ist dann halt oftmals, also von vielen Uhren weiß man auch gar nicht, wer die irgendwie entworfen hat oder das ist vielleicht einfach auch ein Prozess gewesen innerhalb der Uhrenmanufaktur, wo dann viele irgendwie daran gearbeitet haben und so weiter, bis dann halt irgendwann mal ein gewisses Modell auf den Markt gebracht wurde. Vieles vielleicht auch eher aus dem Zweck heraus entwickelt, also eher so Form follows Function, gerade wenn man sich so viele dieser Sportuhren anschaut, da war sicherlich nicht die Intention, aber wir machen jetzt ein ganz tolles, zeitloses Uhrendesign, sondern man hat halt irgendeine Funktion, die die Uhr erfüllen sollte. Also was ich halt sagen will, ich glaube, er hat da so diese Branche auch so, ja, er war sicherlich ein bisschen auch so ein Rockstar dieser Branche, er hat Dinge halt anders gemacht und er hat eben halt auch nicht nur für eine Marke gearbeitet und das war auch, bevor er da war, glaube ich, auch eben nie so gewesen, dass halt Uhrenmarken explizit herausgestellt haben, ja, wir haben jetzt, oder der und der hat unsere Uhredesign, sondern es ist halt das Design der Marke gewesen und Gerald Genta hat das so ein bisschen geändert und er ist halt eben einer gewesen, auf den sind Marken zugegangen, wie zum Beispiel Odermark GGG später, die dann gesagt haben, okay, wir wollen von dir ein Design, kannst du uns da unterstützen und wo es dann explizit oder relativ schnell klar wurde, er ist der Designer, er ist der Schöpfer hinter dieses Modells. Also das war schon ein bisschen ein Umdenken in dieser Branche und das finde ich persönlich halt so spannend, wenn man sich mit ihm anfängt zu beschäftigen. Ja, genau, du hast es jetzt schon genannt, unter anderem natürlich die Roy Locke, die Gerald Genta höchstwahrscheinlich vor dem Jahre 1972 designt hat, die wurde 1972 vorgestellt, aber auch sehr, sehr viele andere Uhren, die man so nicht unbedingt auf dem Schirm hat und bei denen man zum Beispiel auch nicht weiß, dass sie von ihm kommen. So zum Beispiel die Omega Constellation aus dem Jahre 1959 mit diesem bekannten Dog Leg Case, also eben diesen Hundebeinchen als Hörnern und von da an ging es dann weiter, die Rolex King Mears zum Beispiel, also eine meiner absoluten Favoriten aus dem Haus der Rolex, die wurde ebenso von ihm gezeichnet und die Ingenieur, hast du bereits angesprochen, 1975 und ein Jahr später dann auch schon die Patrick Philipp Nautilus und das nächste bekannte Design, das hat dann... Lass uns, Raph, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich glaube, wir können tatsächlich über das ein oder andere Modell hier echt nochmal kurz sprechen, bevor wir zu den ganz bekannten Ikonen kommen. Ja, selbstverständlich. Du hast gerade eben die King Mears zum Beispiel angesprochen, also auch das ist was, was viele tatsächlich gar nicht auf dem Schirm haben, dass es bei Rolex, also dass das A, Gerald Genta für Rolex auch designt hat, ja, und da gibt es zwei Modelle, die ich tatsächlich gerne erwähnen würde, das zum einen ist natürlich die King Mears und das Spannende zum Beispiel in dieser Uhr ist jetzt auch, die ist absolut untypisch Rolex, wenn du dir die anschaust, das ist ein sehr, sehr prägnantes, sehr, sehr, sehr starkes Design und man hat hier schon wieder erstmalig auch so diesen Look eines komplett integrierten Armbandes, also das ist wirklich, die King Mears ist tatsächlich, finde ich, eher ein Schmuckarmband als eine Uhr an sich, weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist halt wirklich, man hat sehr stark dieses Armband, was dann nahtlos sich an das Gehäuse, der der Uhr selbst anfügt und es ist so, ja, so eine, weiß ich nicht, die eine Seite der Uhr ist so ein bisschen spitz zulaufen und das gesamte Armband läuft so dazu, also es ist ein sehr, es ist ein Design, ein durchgängiges Design und das ist halt auch was, was man bei ihm halt oft gesehen hat, dass er halt eben nicht dieses, das Klassische, was man davor hatte, irgendwie du hast Uhr einen Kopf und dann wird irgendwie ein Band dran gepackt, sondern er war auch immer so ein Freund von Formen zu schaffen, die so ineinander überlaufen und die so ein stimmiges Gesamtkonzept liefern und gerade diese Kombination Armband und Uhrengehäuse, ich meine, da ist er ja auch gerade, in den letzten Jahren spricht man so viel über dieses Thema, integriertes Armband und so weiter, da ist er ja auch einer der Schöpfer dieses Designansatzes, muss man einfach so sagen. Ja, genau, wie du schon gesagt hast, das King Midas extrem ausgefallen, Uhr, und das Ganze soll ja an einen griechischen, an einen griechischen Tempel, also an den Tempel der Götter, an das Pantheon, ja, und eine sehr, sehr beeindruckende Uhr auch an sich, ich meine, das ist eine nummeriert limitierte Rolex. Tausend Stück. Ja, es wurde an der Dacht natürlich noch weitergeführt in verschiedenen anderen Referenzen, aber die erste Referenz, die 9630, das war damals eben, ja, eine, ich glaube, die schwerste Rolex überhaupt, auch vom Goldteil extrem massive Bauweise und tatsächlich auch von Hand mit den Worten King und Midas auf der Corona-Seite eingraviert und ja, man sieht, also wenn man Jus sieht, die fällt sofort auf und das ist einfach, dieses, dieses absolut, ja, das absolut polarisierende Design von Rolex, welches man kein, in keinster Weise irgendwie einordnen kann und das macht das Ganze so schon besonders, also man sieht schon, dass der da wahrscheinlich auch relativ viele Freiheiten hatte, weil er jetzt eben nicht eine, zum Beispiel eine Submarine so ein bisschen abgeändert hat, sondern wirklich from scratch, also wirklich von Nullweg eine komplett eigene Kreation entwickelt hat. Genau, die King Midas, die wurde 1964 eingeführt, also das war schon so in dieser Zeit, als er sich schon explizit so als Uhrendesigner bezeichnet hat, halt spannend für viele einfach mal auch zu hören, limitiertes Modell, wirklich auch mit nummerierter Limitierung auf der, auf dem Gehäuserückseite, also was, was man ja heute von, oder wo man heute immer sagt, Rolex macht, gibt es keine Limited Editions und sowas, in der Vergangenheit gab es so Stücke und ein weiteres Stück, über was ich auch kurz sprechen möchte, eine Uhr, die auch von ihm designt wurde, auch wenn das Rolex zum Beispiel nie offiziell so bestätigt hat, das war tatsächlich, tatsächlich auch für mich persönlich, auch so optisch gesehen, der Vorläufer von Royal Oak und Co. ist die 1970 vorgestellte Rolex 5100, oder die Texano, richtig, das war damals die erste Rolex, die ein Quarzwerk drin hatte, auch da ist vielleicht ganz spannende Geschichte, Nicht nur ein Quarzwerk. Genau, nicht nur ein Quarzwerk, sondern eigentlich sogar. Beziehungsweise nicht nur irgendein Quarzwerk, weil es war tatsächlich nur eines drin, aber nicht irgendeines. Genau, es war ein ganz besonderes Quarzwerk, und zwar ist es das Beta 21, was da drin verbaut wurde, das ist ein Resultat, einer jahrelangen Entwicklung von 21 Schweizer Marken, die sich in den 60er Jahren zusammengetan haben, und damals halt erkannt haben, okay, Quarztechnologie gehört halt die Zukunft, und man hatte sich damals halt dann auf die Fahnen geschrieben, wir bringen quasi das Schweizer Quarzwerk raus, und da haben halt, wie gesagt, 21 Marken zusammengearbeitet, und da haben sie ihre besten Leute hingeschickt, unter anderem war halt auch Rolex beteiligt, aber auch andere Marken, auch Patek Philipp zum Beispiel war dabei beteiligt, und die haben jahrelang halt geforscht und daran gearbeitet, halt das erste Schweizer Quarzwerk herauszubringen, und es gab vorher auch, es gab ein Beta 1 beispielsweise und so weiter, aber das erste, etwas massentauglichere Produkt dieser Zusammenarbeit war eben das Beta 21, was 1900, ich weiß es jetzt gar nicht, 1970 oder 1969 vorgestellt wurde, das Werk ist, ja, war damals revolutionär, es war auch unglaublich teuer in der Herstellung, es wurde auch nur 6.000 Stück mal hergestellt, und diese 6.000 Stück wurden dann halt verteilt auf die jeweiligen Marken, die halt da mitgewirkt hatten, und Rolex hat etwa, also hat zumindest in dieser Uhr, dieser 51.00, die wurde 1.000 mal gebaut, also auch hier wieder eine limitierte Rolex, ich glaube, die haben 2.000 Werke oder irgend sowas abgenommen, also die haben etwas mehr abgenommen, sie waren glaube ich auch von allen diesen Marken der größte Abnehmer dieser Werke, dieser Beta 21 Werke, aber auch das natürlich in vergleichsweise sehr geringen Stückzahlen, auch gerade wenn man sich mal anschaut, so eine Marken wie Rolex, die halt auch schon damals sehr viele Uhren produziert hat, und das Spannende halt an dieser 51.00 ist, die ist so ein bisschen im Geiste der King Meaders, weil auch hier hast du ein sehr, sehr, sehr schweres Vollgoldgehäuse, man hat auch hier ein integriertes Design, es wirkt deutlich sportlicher, es ist, man sieht schon diese Anleihen des Oyster Cases, aber das halt kombiniert mit einem, ja mit einem integrierten Armband und ist auch so der Vorläufer von den später sehr Bekannten und die man auch jetzt heute relativ gut auch kennt, Oysterquarz-Modellen und ist für mich persönlich eine unglaublich beeindruckende Uhr, 39 Millimeter, wirklich extrem schweres, massives Gehäuse, ganz, ganz schweres, massives Band, 900 Stück in Gelbgold hergestellt und ca. 100 Stück in Weißgold und das Spannende halt damals war halt, diese Uhr war abartig teuer, es war halt auch die erste Rolex mit einem Saphir-Glas, es war die erste Rolex mit einer Datumsverstellung und eben halt mit diesem Quarzwerk, was halt auch damals sehr, sehr, sehr teuer war und das war halt 1970 als Beeinführung auch so eine Uhr, wo man gesagt hat, das ist jetzt so der Anbeginn einer neuen Zeit und damals stand halt eine Quarzuhr für den absoluten Luxus und deshalb auch dieser Name Texan oder Il Texano, also wo man gesagt hat, sowas kann sich eigentlich nur so ein texanischer Ölmilliardär irgendwie leisten, so eine Uhr und das Spannende war halt auch, die Uhr wurde zwei Jahre lang nur hergestellt, limitiert, hatte ich eben schon gesagt und wenn du diese Uhr gekauft hattest, warst du automatisch Mitglied im Rolex Quarz-Club, was ich auch ganz, ganz lustig finde. Der hatte nicht lang Bestand, aber letztlich war das quasi so ein Club für die besten Rolex-Kunden sozusagen, weil man hat gesagt, wer die Uhr kauft, der ist halt wirklich top, top of the top von unten in unserer Kundenliste und mit Beitritt in diesen Club hattest du Zugriff zum Beispiel oder durftest du irgendwie jederzeit ins Hauptquartier von Rolex zu Besuch kommen, dir Sachen anschauen und warst irgendwie auch im goldenen Buch, der der Marker verzeichnet und so weiter. Das ganze Quarz-Thema hat sich dann doch leider relativ schnell auch wieder erledigt beziehungsweise es gab dann zwar die Oister-Quarz-Modelle, aber so dieser Rolex-Quarz-Club und so, ich glaube, das hatte nicht lange Bestand, aber damals bei Einführung war das halt eine Sensation und das ist so eine Uhr, die auch von Gerald Genta stammt. Es wird gar nicht so viel drüber geredet, aber er hat das, glaube ich, irgendwann mal bestätigt, dass er die entworfen hatte und das Spannende halt bei dem Modell ist, sie führt tatsächlich, finde ich, schon sehr, sehr stark auf das dann zwei Jahre später vorgestellte, ja, auf die zwei Jahre später vorgestellte Royal Oak hin, weil vom Design her sind die beiden sich grundsätzlich doch relativ ähnlich. Die Royal Oak ist natürlich nochmal durch diese achteckige Lünette und sowas deutlich prägnanter, aber das Grunddesign ist irgendwie, ja, sehr, sehr stark erkennbar, dass ihn das so fasziniert hat, dieses Thema integriertes Armband, so ein fließender Übergang zwischen Gehäuse und Band und auch eine sehr prägnante, sehr, sehr kantige Designsprache. Das hat natürlich damals auch zu diesem 70er-Jahre-Zeitgeist gepasst. Deshalb, also die zwei Modelle wollte ich einfach auch nochmal erwähnt haben, weil das auch viele nicht auf dem Schirm haben und gerade für so eine Marke wie Rolex, die ja normalerweise auch nie was von sich preisgibt oder wo man nie was weiß, wer, keine Ahnung, da irgendwie im Hintergrund was entworfen hat und so weiter, ist das tatsächlich relativ viel Information, die es darüber gibt, dass hier eben auch ein Gerald Genta mitgewirkt hat und so zwei Modelle rausgebracht hat, die auch, ja, sehr bezeichnend in der Designsprache sind. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also man sieht, wie da eben dieser Werdegang war von verschiedenen Marken und da lässt sich dann auch so ein bisschen nachvollziehen. Man hört es ja heute immer wieder, dass da so gewisse Ähnlichkeiten, gerade in dieser Zeit, ja, selbstverständlich gibt es da gewisse Ähnlichkeiten, weil man hat relativ schnell gesehen, dass das Design auch irgendwo ankommt und im Laufe der Jahre bis zum heutigen Tag hin hat sich das einfach, ja, bestens entwickelt. Das sieht man ja auch, wo man sich heute aktuelle Modelle anseht, wo man immer noch diese Design-Linien drinnen hat. Absolut, absolut. Ich weiß nicht, sollen wir mal über die große, bekannte Uhr, die dann kurz danach, Anfang der 70er Jahre vorgestellt wurde, jetzt mal sprechen. Wir haben jetzt die Royal Oak immer wieder genannt, aber sollen wir dazu mal ein bisschen was sagen? Ja, selbstverständlich. Dann lasse ich dir gleich mal so eine kleine Reinfirma zugeben. Ja, also ich meine, es wurde natürlich schon unglaublich viel immer wieder über die Royal Oak geredet und jeder kennt sie und in den letzten Jahren ist sie heißer als je zuvor, aber das Spannende ist halt wirklich, wie das Ganze eigentlich angefangen hatte. Und es war so gewesen, dass 1970 Odema P. G. auf den Designer General Gentile zugegangen ist und damals gesagt hat, wir brauchen ein Design für eine Sportuhr, die soll im Idealfall irgendwie wasserfest sein und die soll halt wirklich gedacht sein für so, ja, für sehr, sehr erfolgreiche so Lifestyle-Personen, die irgendwie diese Uhr in ihren auch aktiven Alltag mit einbinden und eine Uhr sein, die zum Beispiel auch auf der Yacht oder sowas getragen werden kann und deshalb muss man auch ein bisschen Wasser abkönnen. Das ist keine typische Sporttaucheruhr oder sowas, also jetzt nicht sowas in Richtung, keine Ahnung, Submariner, Diver oder sonstiges, was man damals schon kannte, sondern es war wirklich so als Luxusuhr gedacht, aber als sportliche Luxusuhr. Und das war halt auch was, was man bis dato, diese Kategorie von Uhr, die gab es bis dato eigentlich nicht. Also auch davor die Stücke, hat jetzt gerade eben ja zum Beispiel über diese beiden Rolex-Modelle geredet, die waren ganz klar in Gold, die waren ganz klar halt, natürlich waren das vielleicht auch ein modernes Design, aber das waren halt an sich elegante Uhren oder Uhren, die halt wirklich einen gewissen Status repräsentiert haben und die waren jetzt nicht als reine Sportuhren gedacht. Und bei der Royal Oak war das halt schon so ein bisschen anders. Da wollte man bewusst diesen sehr sportlichen Aspekt nehmen und es wird halt erzählt, dass Gerald Genter die Royal Oak quasi über Nacht, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von einem auf den anderen Tag designt hatte und dass er halt eben damals von dem Direktor von Audemars Piguet den Anruf bekommen oder den Auftrag bekommen hatte, er braucht halt diese Stahlsportuhr, die man so bisher noch nie gesehen hatte, komplett neues Design und muss wasserdicht sein und er hat dann sich drangesetzt und hat dann über Nacht diesen Entwurf der Royal Oak herausgebracht und ja, 1970 war das gewesen, 1972 wurde die Uhr dann vorgestellt, was auch ganz spannend war. Das Design dieser Uhr und auch die ganze Verarbeitung dieses Gehäuses war unglaublich aufwendig am Anfang und es wird auch immer erzählt, dass, also die Uhr kam ja in Edelstahl heraus, was auch damals bewusst so ein Statement war, wo man sagte, okay, wir bringen jetzt eine richtige Luxusuhr in einem ganz markanten Design in Edelstahl und nicht bewusst nicht in Gold und es war wohl auch so gewesen, dass die Gehäuseverarbeitung damals unglaublich schwierig war und aufwendig war und gerade weil Edelstahl natürlich auch recht hart ist und diese Uhr sehr viele Kanten hat, die da geschliffen werden müssen und poliert und so weiter, war das in der Fertigung so, so komplex, dass man die Prototypen in Weißgold gemacht hat, weil einfach Gold weicher ist und das deshalb einfacher war, das zu fertigen und dann erst nur das fertige Serienmodell, dann erstmalig halt wirklich in Edelstahl herauskam. Also wird es sich erzählt, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber das ist was, was es, wie es immer gesagt wird und die Uhr wurde dann 1972 vorgestellt, war am Anfang jetzt gar nicht so der ganz große Erfolg, es hat ein bisschen gedauert, bis sich die Kunden an das Thema Royal Oak irgendwie gewöhnt hatten, weil die Uhr halt wirklich auch so prägnant anders war. Also irgendwie eine so sportliche, markante Uhr in Edelstahl, das war halt was, was die Kunden haben uns auch nicht gewohnt, weil die haben dann gesagt, warum ist es da nicht in Gold zum Beispiel und das war aber bewusst halt in Edelstahl gehalten und die Uhr war aber trotzdem abartig teuer, die war jetzt nicht, nicht weil sie in Edelstahl war, war sie nicht günstiger, sondern die war eine extrem teure Uhr bei der Vorstellung und ja, war halt ein wahnsinnig markantes Design, was dann aber in den darauffolgenden Jahren dann doch auch relativ schnell auch ganz gut ankam und die Folge dessen war dann letztlich auch, dass dann halt weitere Marken ähnliche Designs halt angefragt haben und da ist natürlich ganz bekannt, dann 1986, äh, 1986, 1976 meine ich, Patek Philipp mit der Nautilus und beide Uhren werden ja auch immer so ein bisschen in einem Atemzug genannt und wenn man sich die auch nebeneinander anschaut, finde ich, dass tatsächlich auch, also für mich sieht es immer so aus, als ob die Nautilus quasi so ein bisschen die, die verfeinerte, der verfeinerte Nachfolger der Royal Oak ist, während die Royal Oak etwas, ich finde, die hat so was, hat was puristischeres, durch ihre sehr kantige Formsprache wirkt die Royal Oak für mich oftmals wie so ein, wie so eine Designstudie, so, die so zeigt, okay, was ist machbar, ja, und das andere ist dann eher so das bisschen verfeinerte Modell für den, für den Markt, natürlich sind beide Uhren an den Markt gut angekommen und so weiter, aber so von der, von der, von du die Designs nebeneinander legst, sieht das für mich immer so ein bisschen so aus. Einfach so ein bisschen dieses Software-Design, ich vergleiche es auch immer ganz zum Beispiel mit Santos Carré und der Panter, das sind ja an sich relativ ähnliche Gehäuseformen, aber die Panter ist einfach nochmal viel, viel weicher, viel, viel sanfter als jetzt zum Beispiel diese Santos Carré mit ihren harten und, ja, sehr ausgeprägten Kanten. Ja. Genau, also, das ist halt noch das, was halt wirklich spannend oder sind glaube ich natürlich die ganz großen Highlights, die dann letztlich auch Gerald Genta auf, eigentlich ab dem Moment auch wirklich zur, zur Legende auch gemacht haben oder auch ihn heute auch zu dieser Legende machen, die er ist, eben Modell wie Royal Oak und dann auch die Nautilus, die halt auch gerade seit den letzten Jahren auch nochmal massiv auch am Markt irgendwie Aufmerksamkeit bekommen haben und wo man auch sagen muss, er hat halt wirklich für zwei der, der ganz, ganz großen Häuser mit Audemar Piguet und Patek Philipp eigentlich so mit die ikonischsten Modelle halt geschaffen, was, was wirklich wahnsinnig ist, ja, und beides halt auch Modelle, ganz kurz noch, beides halt Modelle, die halt damals wirklich so abseits von dem war, was man von diesen Marken kannte, also auch das ist nochmal besonders, weil auch Audemar Piguet stand für elegante Uhren, komplizierte Uhren, Sportuhren, das war kein Thema bei denen gewesen, genauso wenig bei Patek Philipp, auch die haben ja heute immer noch diesen Struggle, dass sie sagen, sie wollen sich ein bisschen von diesem reinen Nautilus-Sportuhren-Image irgendwie, ja, abwenden, weil sie sagen, das ist eigentlich nicht Patek Philipp, Patek Philipp steht eigentlich für was ganz anderes und trotzdem sind diese beiden Modelle eigentlich so, zumindest in der heutigen Zeit so die bekanntesten Modelle dieser Marken und dieses Aushängeschild und es war damals, als sie rauskamen, war das eine Revolution, weil das was komplett Neues war, was man so viele Marken nicht kannte. So, sorry, Dust. Cameron, ja, und man sieht auch, wenn man sich gerade jetzt mal diese beiden Uhren ansieht und das zieht sich eigentlich durch die gesamte Designsprache, es sind besondere Gehäusekonstruktionen. Wenn man sich dann zum Beispiel mal die Rolok ansieht, dann hat man eben dieses dreiteilige Gehäuse, bestehend aus Lünette, Deckel und eben Mittelgehäuse, welches über komplett sichtbare Bolzen, also, ja, Bolzen und Schrauben, die dann von hinten verschraubt werden, montiert werden und bei den Audilus ist es ja gewissermaßen ähnlich, also was viele nicht wissen, diese beiden Laschen links und rechts von der O, das sind eben die Punkte, wo das Gehäuse aus eben Mittelgehäuse und Lünette zusammengeschraubt wird. Das ist praktisch auch ein dreiteiliges Gehäuse, aber man hat hier eben die Lünette, die nur an diesen beiden Seitenteilen eben verschraubt wird. Also ganz, ganz rustikal, ganz, ja, ganz praktisch, eigentlich das Gegenteil von dem, wie es eigentlich gemacht werden sollte, also im Zuge dieses Zeitraums damals, da war es ja eigentlich alles so, immer schön, alles verstecken, alles elegant. Hier wurde die Lünette einfach draufgelegt, seitlich, wie ein Schnellkochtopf zum Beispiel, oder eben, wie dieses Bullauge, ja, mit zwei, so, mit zwei Solaschen verschlossen. Und ich meine, ich finde, das zieht sich dann auch noch weiter bei verschiedenen anderen Uhren, wo man einfach merkt, es geht hier ein bisschen lustigar dazu. So zum Beispiel auch bei der Cartier-Bascha, die 1985 von Gerard Janta redesigned wurde. Also Cartier-Bascha, generell ein sehr, sehr undurchsichtiger Bereich. Es gab da, seitens Cartier, auch so ein bisschen unstimmige Kommunikation. Manche behaupten, das Morell wäre schon in den 40er Jahren entwickelt worden. Es ist eigentlich allerdings bekannt, dass das Morell eben erst in den 80ern auf den Markt kam. Und da hat Gerard Janta 1985 auf Grundlage von Designideen aus dem Haus Cartier, welches damals eben für den Pasha von Marrakesch, also welches damals eben ein Ruf für den Pasha von Marrakesch sein sollte, eben die neue Pasha designt und wie bereits im Audio Wrist Check erwähnt, auch eine sehr ausgefallene Uhr, eben dieses Band, welches an diesen D-Anstößen an der Uhr fixiert ist und eben immer mit diesem markanten Kronenschutz, weil das so meines Wissens nach bei keiner anderen Uhr zu finden ist. Und diese Pasha, die wurde eben vor zwei Jahren neu aufgelegt und ich finde, man hat da bei dieser Neuauflage allerdings schon so ein bisschen geschafft oder sich darum bemüht, eben auch die Uhr originalgetreu wiederherzustellen oder eben wieder neu aufzulegen, was zum Beispiel meiner Meinung nach bei Santos nicht unbedingt der Fall war. Man hat da so die Uhr mit, ja, also eine 35er Pasha aus 2020 ist dann relativ gut vergleichbar mit jetzt zum Beispiel einer Pasha C aus 2005 und ja, finde ich sehr cool, dass er da eben auch bei Cartier seine Finger im Spiel hatte, aber auch bei anderen Markten. So zum Beispiel geht ja so ein bisschen das Gerücht rum, dass Gerard Genta auch bei der Saiko AGS seine Finger im Spiel hatte, eben bei dieser Genta AGS und ganz ausschliessen kann man es nicht. Was man allerdings mit Sicherheit weiß, ist, dass Gerard Genta bei Credor, also einer Tochterfirma von Saiko, für die sogenannte Lokomotive eben auch seine, also sein Design dort eingebracht hat und das eben eine Uhr ist, welche, wenn man sie sich ansieht, ziemlich einer Royal Oak ähnelt. Man hat ja auch dieses Band mit diesen zwei Verbindungselementen, jeweils sehr tief zentral und auch diese achteckige Linette, aber was es bei dieser Uhr dann noch zusätzlich gibt, ist eben dieser Tee-Anstoß beim Band, wie er auch bei der Pascha zu finden ist und so wie er auch bei der Pascha zu finden ist, ist dieser Tee-Anstoß vor allem aber bei seinen eigenen Uhren zu finden. Denn Gerard Genta Bevor wir auf die eigenen Uhren zu sprechen kommen, ich würde gerne noch mal eine Uhr in die Runde werfen, die tatsächlich auch zu dieser Designsprache aus den 70er Jahren halt passt und die auch da in der Zeit entworfen wurde und die vielleicht nicht unter den Tisch fallen sollte und zwar die IWC Ingenieur auch 1976 vorgestellt oder eingeführt genauso oder zeitgleich mit der Nautilus und auch das ist eine Uhr, die eigentlich dieses ganz klassische 70er Jahre Design mit integriertem Armband, was er ja halt maßgeblich mit geprägt hat, auch diesem Design folgt. die Ingenieur, guckt euch die gerne mal an, auch gerade so diese ersten oder diese frühen Modelle, damals auch eine sehr große Uhr, 40 Millimeter, das muss man vielleicht auch dazu sagen, auch die Royal Oak und auch die Nautilus, das waren für ihre damalige Zeit unglaublich große Uhren, mit 39 Millimetern und so weiter, das waren Uhren, die wirklich unglaublich präsent und sportlich waren und das war auch bewusst so gewollt und das passt heute und heute klingt das jetzt alles gar nicht so riesig, aber das war halt damals wirklich eine Revolution und eben halt diese Ingenieur war zum Beispiel halt auch eben so eine Uhr aus seiner Feder, auch hier dieses sehr stimmige Design zwischen Uhren, Gehäuse und Armband, was halt fließend ineinander übergeht, es ist ein bisschen, für mich sieht die Ingenieur immer ein bisschen aus wie eine Fusion aus einer Nautilus und einer Royal Oak, man hat irgendwie diese Lunette mit, da sind jetzt keine Schrauben drauf, sondern da sind so Einkerbungen quasi, weil das ist auch eine wirklich verschraubte Lunette ist, also die Lunette ist wirklich drauf. Fürs Gehäuse, Öffnungstuhl. Genau, richtig, richtig, ja. Also hat das ja wirklich auch einen richtigen Zweck, ja, aber die Formen sind in Summe so runder, es ist alles etwas weicher als jetzt bei der Royal Oak beispielsweise. Dann ist es ganz kurz, dann ist es mit der Lunette im Endeffekt so, wie eben bei den ersten Rolex-Modellen damals im Mastercase mit der griffelten Lunette, wo die Lunette auch eben mit diesem eigentlich, ja, Gehäusebodenöffnungstuhl verschraubt war. Ganz interessant, ja. Ja, ja, stimmt, richtig, ja. Und, also das ist so die Dritte im Bunde aus diesen bekannten 70er-Jahre-Designs und eine Uhr, auf die ich jetzt noch kurz zu sprechen kommen möchte, weil das immer mal wieder so gesagt wird, was aber tatsächlich nicht der Fall ist, ist die Vacheron, also nicht die Vacheron-Constant Overseas, das ist ja die heutige Auflage, aber quasi das Urmodell der Urvater, die Referenz 222, wo wir vielleicht dieses Jahr bei der Watches and Wonders ja eine Neuauflage sehen werden. Da wird oftmals gesagt, dass die Uhr auch aus der Feder von Gerald Genter sei, aber das ist tatsächlich nicht so. Die Uhr wurde, glaube ich, wann war das? 1978 eingeführt, bin ich der Meinung, also etwas später, oder 77, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall wurde die aber designt von Jörg Heisek. 77. 77, okay, genau, ein Jahr nach Nautilus und Ingenieur und auch die Uhr grundsätzlich auch dieser Designsprache folgend, aber ist halt eben nicht aus der Feder von Gerald Genter, sondern wie gesagt, Jörg Heisek, das ist ein deutscher Designer und wird aber oftmals auch verwechselt, wird oftmals gesagt, das sei auch eine Genter Uhr. Sie entspricht diesem Design, aber ist eben nicht von ihm. Und deshalb, ich glaube, in den 70er Jahren ist sein Design sehr, sehr klar gewesen und in den 80er Jahren hat er sich dann auch der neuen Zeit angepasst und es haben dann eben auch wieder etwas andere Formen Einzug gefunden. Du hattest eben die Pasha hier schon mal genannt und ich finde zum Beispiel, die Pasha ist tatsächlich von der Designsprache auch doch, oder da gibt es Elemente, wo ich sage, das erkennt man dann auch in so einer eigenen Marke halt wieder. Also da gibt es zum Beispiel dieses Retrograd-Modell, was er eingeführt hat. Ich finde, da gibt es zum Beispiel Elemente allein auch bei der Krono und auch das runde Gehäuse, was auch schon Pasha ähnlich ist, aber mach du gerne mal weiter. Ich hatte dich vorhin unterbrochen, als du über seine Marke sprechen wolltest. Ich muss vorher mal beichten. Als ich angefangen habe, mich mit Uhren zu beschäftigen, da habe ich immer den Chronograph mit dem Chronometer verwechselt und das habe ich nach einiger Zeit dann zum Glück so ein bisschen fixen können. Jetzt gibt es aber immer noch so ein bisschen ein Wirrwarr bei mir und zwar verwechsel immer mal wieder den Jörg Heisek mit dem Nikolaus Hayek. Ah ja, das sind zwei verschiedene Personen. Ich habe dann auch damals in der Dubai-Modell eben Heisek-Uhren gesehen, weil eben dieser Jörg Heisek seine eigene Marke dann auch gegründet hat und ganz ausgefallene Stücke auch, nicht gerade nach meinem Geschmack, aber das ist auch so ein bisschen so ein bisschen verwirrend, oder? Mit diesen ganzen Namen Y, H und K am Ende so. Ja, wir hatten ja auch in der letzten Folge mit Lukas, da hat er auch den, wen hat er verwechselt? Den Sohn, glaube ich, von Nikolaus Hayek. Genau, also Nick Hayek hatte er verwechselt mit Nikolaus Hayek. Ich glaube, er hat einen anderen Namen genannt, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall gab es auch da Verwechsel. Also Nikolaus Hayek ist ja quasi der Gründer der Swatch Group mehr oder minder und hat sich da einen großen Namen gemacht und sein Sohn ist der Nick Hayek, der die Gruppe auch heute noch weiterführt. Ja, und ich glaube, da gab es auch eine Namensverwechslung auf jeden Fall und, aber das ist nicht immer so einfach mit den ganzen Namen, also mir geht es auch manchmal so. Genau, und was ich dann noch schnell anfügen möchte, ganz interessant bei der Vacheron Constantin 222, hat man eben auch eine Lünette, die verschraubt wird und ganz cool, da ist im Lieferumfang damals original eben auch das Öffnungstool dabei gewesen, mit welchem man eben diese Lünette mit den ganzen Einkerbungen öffnen kann und ich finde, das ist schon ein sehr, sehr cooles Detail und ja, wir wollten jetzt ja nochmal zu Gérald Genta kommen und dieser hat 1969 seine eigene Marke gegründet, die Marke heißt auch Gérald Genta und er hat damals schon relativ schnell angefangen, sehr, sehr beeindruckende Uhren zu designen, so zum Beispiel auch Uhren mit Minutenrepetition, mit Grand Sonnerie, ewiger Kalender und man sieht, dass es zum Beispiel einige Uhren, welche es auch von anderen Marken gibt, dann eben auch von Genta gibt. Ein zweites Beispiel, welches wir auch hier im Podcast schon mal besprochen haben, ist zum Beispiel die Cartier-Pascha-Golf-Dimer, eben diese Uhren mit diesen vier Drückern, diesen fünf Drückern eines zu präsentieren, wo man eben vier verschiedene Golf-Spielstände mitzählen kann, die gab es so genau auch in einer Ausführung von Genta selbst. Und das zieht sich dann eben auch weiter und hat die Marke dann auch verkauft und zwar war das im Jahre 1998, weil er sich persönlich selbst mehr als Handwerker sah und sich eben fortan der Malerei widmen wollte. Die Leute, denen er das verkauft hat, das war ein asiatischer Konzern und der hat die Marke dann ganz interessant an Bulgari weiterverkauft, das ging damals auch relativ schnell. Gerard Genta hat dann im weiteren Verlauf nochmal seine eigene Marke gegründet, die dann Gerard Charles hieß, also seine zweite Marke. Aber ich muss persönlich sagen, mein Herz schlägt für die Gerard Genta und da allen voran für die Retro und Bi-Retro Modelle. Ich bin seit sehr, sehr langer Zeit schon auf der Suche nach genau einer Retro, wie ich sie mir vorstelle, beziehungsweise auch einer Bi-Retro und mal schauen, vielleicht kommt da ja was in absehbarer Zukunft, aber es sind sehr ausgefallen Uren, das wird schnell klar, wenn man sich die Uren ansieht, man hat zum Beispiel auch Kollaborationen mit eben Disney, wo man Mickey Mouse und Minnie Mouse und eben auch Donald Duck auf den Ziffernblättern hat und eben diese Uhr wurde ja im letzten Jahr wieder neu aufgelegt, diese Gerard Genta. Richtig, da haben wir sogar vorher gesprochen hier. Genau, genau, diese Arena Retrograde eben mit diesem Mickey Mouse dann auch mit Manufakturwerk und dann natürlich auch vom Bulgari und das Coole bei der ganzen Sache ist, ich höre ja immer wieder so, ja, wie ist das jetzt bei so Independent Watchmakers mit Servicing und so, und wenn man sich die Uhr jetzt ansieht, die Retro, dann ist das natürlich eine Uhr, wo auf ein Werk dann noch ein Modul aufgesetzt wurde und ich habe mich da im Vorhinein auch schon so ein bisschen mit beschäftigt, wie das dann eventuell bei einem Service aussehen würde und eine sehr, sehr coole Sache, die ich sehr, sehr lobe, die Uhren können allesamt direkt vom Bulgari geserviced werden, das heißt, man hat hier absolut keine Probleme mit und, ja, ich habe die Uhr, also ich habe die Bireto, das war mein allererster Kontakt mit einer Gerard Genta Uhr, ich habe die damals in Zürich beim Touring Get Together vom lieben Luigi mal anprobieren dürfen, da hatte er eine sehr, sehr moderne Iteration, eben auch mit Sekundenzeiger, retrograde Minutenanzeige, Springstunde und retrograde Datumsanzeige und das allercoolste Merkmal bei der Uhr, wieso dann auch bei mir dieser Haben-Woll-Faktor noch stärker wurde, man spürt es am Handgelenk, wenn die, also wenn der retrograde Zeiger der Minute zurückhüpft und die Stunde weiter springt, weil es ist eben nicht nur eine retrograde Minute, sondern eben die retrograde Minute ist kombiniert mit einer Scheibenuhr, mit einer springenden Stunde, Jumpauer und das macht richtig so klack und das spürt man am Handgelenk und deswegen, ja, da war es dann wirklich schön, ich brauche so eine Uhr unbedingt, ist sehr rausgefallen und auch ein cooles Design, man hat eben seitlich so einen Coin-Bessel, so einen Münzrand, wie man es zum Beispiel auch von Breguet gewissermaßen kennt und ja, die wohl beeindruckendste Uhr, die er damals gebaut hat, das war eben 1994, die Grand Sonnerie, eine Grand Sonnerie mit Automatikwerk, die hatte einen Westministerschlag mit vier Hämmern und natürlich war das nicht nur eine Grand Sonnerie, das war ja auch ein bisschen feindlich, nicht Spaß, das war keineswegs nur eine Grand Sonnerie, sondern auch ein Tourbillon und ein ewiger Kalender und dann noch eine zweite Zeitzone und das war eben in so einem pyramidenförmigen Gehäuse, wenn man sich das ansieht, dann sieht man gewisse Ähnlichkeiten zu Katja Pasha, eben diese T-Anstöße und auch diese ansteigende Lunette und er hat es auch so, es wird jedenfalls von dieser Chargenda Heritage von diesem Heritage Verein, der von seinen Nachfahren so gegründet wurde, wird es so dargestellt, dass wenn man im Jahre 1994 ein Monarch oder ein Milliardär oder sogar ein Millionär war, der die ultimative Armbandu wollte, dann hätte man sich wahrscheinlich die Gerard-Genta Gronson Riege holt und ich finde es echt beeindruckend, dass er nicht nur Uhren designt hat, die so keine Ahnung austauschbar sind, halt eben aus seinem Design, sondern Uhren, die man auf den ersten Blick direkt als Gerard-Genta Uhren bezeichnen kann. Es gibt dort auch eine skelettierte Gerard-Genta Uhren mit einem Stabwerk, wenn man die so sieht, da steht kein Gerard-Genta drauf und so weiter, wenn man die sieht, dann weiß man, es ist eine Gerard-Genta und ja, deswegen sehr, sehr beeindruckende Uhren gefallen mir außerordentlich gut und da lohnt es sich absolut mal einen Blick drauf zu werfen, vor allem, weil man Gerard-Genta Uhren eben seine eigenen Uhren auch noch zu sehr guten Preisen findet, da die einfach so nicht, ja, erstaunlicherweise nicht so von vielen Leuten beachtet werden. Ich würde mal sagen, jeder in der Uhrenszene, der so ein bisschen tiefer drin ist, der kennt Gerard-Genta und da behaupte ich jetzt mal, da findet auch die Designs ganz cool, ja, aber seine eigenen Kreationen, die ja erstaunlicherweise nicht wirklich viel mit Royal Oak und Nautilus und Birgitta Spahn zu tun haben, sondern eine komplett andere Linie fahren in den meisten Fällen, die finden nicht so viel Anklang, aber, ja, mir soll es recht sein, da sind die Preise ein bisschen günstiger und von dem her, ja, das sind sehr, sehr schöne Leute, die mich persönlich sehr faszinieren und, ja, die für mich auch einen großen Teil der Freude diese Aufnahmen jetzt ausmachen. Ja, gut, man muss auch sagen, dass er einfach sein, Design sich halt über die Jahre natürlich entwickelt hat und wie das halt auch immer so ein Leben eines Künstlers ist, der entwickelt sich selbst weiter, der findet sich halt selbst neu und seine Anfänge waren ja vergleichsweise noch relativ unspektakulären Anführungszeichen, also schöne klassische Designs, aber noch nicht so extrem auffällig oder extrem sich von der Masse der anderen Uhren abhebend, dann, wie gesagt, hat er diese sportlichen Jahre mit irgendwie integriertem Armband, wo halt das eine sehr, sehr klare, markante Designsprache ist, die auch heute halt extrem gut ankommt, in den letzten Jahren halt auch massiv noch gefragt ist und hat sich dann über seine späten Jahre hinweg, hat er sich dann halt auch wiederum weiterentwickelt und hat dann auch sehr ausgefallene Designs gemacht, die halt auch nicht was für jedermann sind, das muss man auch sagen, es sind auch glaube ich viele Uhren, die halt aktuell nicht den Mainstream-Geschmack treffen, also ich weiß, und ja, deshalb ist es sicherlich auch einfach so ein Schöpfungsprozess, der da irgendwie stattgefunden hat und auch gerade, wenn man sich seine letzte Marke jetzt auch nochmal anschaut, Gerald Charles, hattest du eben schon mal angesprochen, ist eine Marke, die tatsächlich in den letzten Jahren gerade über Social Media verstärkt wieder auf die Bildfläche getreten ist, die man lange Zeit jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber auch da sind die Designs, finde ich persönlich eher gewöhnungsbedürftig, das ist auch so eine Kombination aus irgendwie, runden Formen und eckigen Kanten, gibt es auch erstaunlicherweise relativ teuer, als ich die Uhren zum Mainstream das erste Mal gesehen habe, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die so teuer sind, gehen irgendwie so ab, weiß ich nicht, 15.000, 16.000 Euro los, sind sicherlich schön gefertigt, ich habe noch nie eine in der Hand gehabt, gibt es so ein paar Modelle, die so ein bisschen sportlicher sind, ein paar, die etwas eleganter sind, aber im Wesentlichen, ja, ist es halt auch eine sehr prägnante Designsprache, jetzt für mich persönlich eher nichts, muss ich sagen, ich bin auch mit seinen späten Werken, das sind dann, sind auch nicht mehr so meine Uhren, die mich so 100% abholen, aber, ja, es ist einfach interessant, was er wirklich alles gemacht und geschafft hat, ja, und er hat halt irgendwie hunderte verschiedene Uhren designt, und das ist echt schon crazy und das ist wirklich sehr, sehr beachtlich. 2011 ist er im Alter von 80 Jahren dann gestorben und, ja, hinterlässt aber halt ein sehr, sehr großes Erbe und unglaublich viele Designs, die, glaube ich, auch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer noch irgendwie stilprägend sein werden für zukünftige Entwicklungen, was Uhren anbelangt, also da muss man wirklich sagen, ist Wahnsinn, ich glaube, dass es gut und gerne auch nochmal dazu kommen wird, dass man neue Designs von Gerard Janta sehen wird, weil, also er hat ja von sich selbst behauptet, dass er über 100.000 Uhren designt hat und ich kann es mir gut vorstellen, dass da irgendwann nochmal eine Marke zu einer Skizze kommt und die Uhren dann so auflegt und das wird dann sicher, ja, für sehr, sehr viel, ja, für sein großes mediales Momentum sorgen und ich bin nochmal gespannt, also das ist schon wirklich, ja, was Besonderes und wahrscheinlich ist es nicht unrealistisch, dass das so nochmal kommen wird. Ja, ich denke, das Ding ist halt auch, dass viele Marken natürlich halt auch erstmal jetzt nicht so damit, oder einfach nicht so aufgestellt waren, dass sie sich hingestellt haben und gesagt haben, ja, unser Designer oder Designer dieser Uhr ist Gerard Janta, sondern der hat halt für die eine Auftragsarbeit gemacht, hat halt ein Design entworfen und vielleicht haben sie diese Uhr auch rausgebracht, aber sie haben das jetzt so nicht kommuniziert und weil viele Marken natürlich, die sind nach außen hin auch oftmals sehr geschlossen mit dem, was kommuniziert wird und so dieses Thema, dass Gerard Janta jetzt so einen massiven Hype hat und auf dem Markt dann so anerkannt ist, dass man sagt, es ist was Tolles, dass wir eine Gerard Janta Uhr haben, das ist ja auch erst so in den letzten irgendwie 10, 15 Jahren so ein großes Thema geworden und das war ja lange Zeit halt einfach, der hat halt für die eine Arbeit gemacht und fertig aus, ja, und sie haben das Design halt von ihm übernommen und da ging es nicht drum, wer ist der Designer, sondern eigentlich sollte die Marke halt im Vordergrund stehen, so ist es ja ganz oft in der Uhrenindustrie und deshalb, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch noch, dass das ein oder andere bekannte Modell, was es gibt, dass das aus seiner Feder stammt und man das gar nicht weiß oder dass das so bisher noch gar nicht kommuniziert wurde und es gibt sicherlich auch die eine oder andere Skizze und das eine oder andere Design, was in irgendwelchen Archiven halt schlummert, wie du es eben auch schon sagst, was einfach nur daran wartet, nochmal hervorgeholt zu werden und vielleicht nochmal in einer Neuauflage rausgebracht zu werden oder irgendwie als Inspiration zu dienen für ein modernes Modell, also insofern, ich glaube schon, dass da, ja, dass da noch vieles fest versteckt liegt. Das ist auf jeden Fall spannend und ich finde, es gibt mittlerweile auch schon, oder was heißt mittlerweile, es gibt sehr, sehr viele Designs von Gerald Genta, die absolut, ja, übersehen sind, auch heute noch und von dem her, ich würde es trotzdem nicht unbedingt von dem Namen abhängig machen, Eur ist meiner Meinung nach nicht cooler, weil es hier eben von jemandem designt ist. Ich bin da immer relativ unvorreingenommen und, ja, halt zum Beispiel so, auch bei der Overseas nie ein Problem damit gehabt, dass sie eben nicht von Gerald Genta designt wurde. Ich glaube, da sollte man sich dann nicht zu viele Gedanken machen, aber, ja, abschließend bleibt eigentlich nur zu sagen, sie ist eine sehr, sehr bedeutende Persönlichkeit in der Urnwelt gewesen und ich glaube, dass man mit Recht behaupten kann, dass kein anderer Designer eben, ja, so, so, so viel oder so ein großes Momentum eben noch hinterlässt in dieser Urnwelt. Ja, da stimme ich dir zu, das ist so, ja. Also, ist Wahnsinn, was er geschafft hat und habe ich ganz, großen Respekt vor und ich glaube, als Uhrenliebhaber kann man nur dankbar sein für das, was er geleistet hat, weil da einfach halt extrem viele schöne Uhren hervorgegangen sind, die uns heute am Handgelenk einfach immer noch Spaß machen und auch in Zukunft noch Spaß machen werden. Genau. Und in dem Sinne, Chris, würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir für die Aufnahme. Es hat sehr viel Spaß gemacht. War ein bisschen ein anderes Thema. Muss aber unbedingt mal angesprochen werden. Ich glaube, das haben wir schon seit über eineinhalb Jahren irgendwie auf unserer Liste. Und ja, mich würde jetzt mal interessieren, was ist so euer Favorit von den Gerard-Gentau-Uren? Schreibt uns das gerne mal auf Instagram, schreibt uns das bei Mail, schreibt uns das in der U-Talk-Community-Gruppe auf Telegram. Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und in dem Sinne, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und das letzte Wort, Chris, das überlasse ich gerne dir. Macht's gut. Ja, danke schön, Raph. Wie gesagt, mir hat es auch Spaß gemacht. War mal cool, über dieses Thema zu sprechen. Wir hatten es schon länger in Planung gehabt und ja, ich weiß nicht. Also, es gibt nicht mehr viel hinzuzufügen. Deshalb, ich freue mich auch über Kommentare und Anregungen von euch und in dem Sinne bedanke ich mich und wünsche euch einen guten Start in die neuen Woche beziehungsweise einen schönen Sonntagnachmittag, wenn ihr das an dem Tag hört, wo die Folge rauskommt. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.